Wo man gleich wohnt ist der Große, ne? Große Wagen. Bestimmt gleich interessant. Und nur ein Boss. Ja, wird so oder so interessant, wenn es nicht schnell vorbei ist. Ja. Warte, Zambi, warte. War noch nicht fertig. Weg, Lenschen. Boah. Wie kommen wir hin? Dann. Dann. Ich will den Wagen, aber ich kann hingehen. Ich kann auch den Versager holen. 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 Da ist jemand Sehen wir uns Bitte? Nein, da hat jemand geschossen mit der Signalpistole Auf den Armhaut geschossen Okay Nicht gesehen Na, gehört Und da leuchtet es Wollte immer auf, Linde Mach du mal Das dürfte ja hier dann rein sein, ne Hier kommen zwei, hier kommen noch mal zwei Okay Hab einen Und das sitzt Ist hier irgendwo hier hinten Scheiße, hier läuft auch was Hinter der Mauer, würde ich sagen Ich bin Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Siehst du ihn noch? Nein. Ich sehe und höre nichts. Und das ist auf jeden Fall noch hinten. Wer liegt noch? Ja, das liegt von mir. Okay, da wurde auch irgendwo nach Hive gerade geärgert. Geärgert. Hier, ne? Ja. Kommst du hier, kommst du hier? Ja. Ich versuche. Ja. Genau, treibend zu mir. Ich wollte vor allem Abstand gewinnen. Er kommt in deine Richtung gerannt, ne? Ja. Oh, ich. Nur ist er mir vorbeigerannt. Was ist denn denn mit? Hat Hit. Ich hab noch'n Hit. Und ist down. Dank der Hive. Ich hab'n Führerchen aufgeschreckt. Ist immer leid. Ja, macht nix. Was hat denn ein schönes... Katana und... Rheiser? Ja, der hat auch ein Katana. Der liegt an einer Tür, wo der Clou ist. Oh, schön, ich hab'n Führerchen. Ja. Ja. Oh, 100%. Oh, das hat ne kleine Brücke dabei, ne? Oder? Ja. Oh, tue. Oh man, dafür die... Oh, dann lack' der... Oh, dann lack'. Ach ja. Ah, wir sind welche. Absolut willkommen. Ich habe einen von drüben, von dem anderen Ufer. Hm. Ein Turm oben. Ein Turm oben? Ja, ist da oben. Ich habe mich geguckt. Im Ernst? Ja, ja. Das ist bestimmt Solo. Das steht bestimmt drauf. Ich habe ein schönes Plottsch beim zweiten Schuss. Wie ist das denn einer? Hm. Weit wird. Hm. Ich würde ihn jetzt aber retten wollen. Mindestens noch einer. Es ist noch einer mehr. Scheiße. Ich bin jetzt dabei. Naja, ist noch ein ganzes Team. Und wir haben natürlich jetzt eine Bounty. Oh, da wurde jemand getroffen. Oder? Ja, da läuft einer. Hm, da liegt einer. In den Büsch. Unter unserem Turm? Hm. Das Problem ist halt, dass irgendjemand eine Bounty hat. Einer ist da lang geworden. Äh, da lang. Das Finken wollte gerade nicht. Hier habe ich mal Emotionen gelegt, falls du welche brauchst. Ja. Oh, shit. Ist denn da noch hoch? Ja, oben, 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 oben. Mhm, mhm. Ah, scheiße. Ich bin wunderbar. Hä, 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 hä. Was ist denn das? Aber ich glaube, das war Sturzschaden. Ja, das, 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 das aufkommen ist schon. Ja. Ich habe mich nicht mehr getroffen, ihr habt unterwegs. Ne, und die Granate war es auch nicht. Hier drüben. Oh, ich habe mich auch nicht gesehen. Ne, ich auch nicht, nur gehört. Ist das jetzt unten drunter? Ja. Das Weitschrott läuft hier noch. Down. Da ist verblutet. So, ich glaube, das waren alle. Glaube. Also, ich gucke mal schnell. Jupp. Safe. Schön. Ich will den Gefer loswerden. Ach, schau, das ist drunter. Ja. Egal, wir haben eine Bounty. Was willst du mehr? Die richtige Termine ist eine schöne. Drei Bounties hätte ich gerne. Drei. Ja, immer halbgierig. Warte mal, hier sind noch mehr Waffen. Ach, nee, doch nicht. Oh, 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 nee, doch nicht. Das ist noch nichts. Ich will mich noch mal in den Terminus. So eine schöne. Aber ich bin irgendwie mit dieser Waffe einfach besser. Ja, Erfahrungspunkte. Alles leer, Junge. Ja. Okay, sind alles noch hunde. Die blöden Geräusche. Na gut. Ja, guck mal, vielleicht ziehen wir irgendwo noch ein Ding. Oh Gott. Die Tapine kommt zu mir. Hm. Okay. Alter. Okay. 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 Sorry. Okay. Whatever. Alright. Okay. Ich habe keine Kanada. Ich habe keine Kanada. Ich habe keine Kanada. Aber wenn er hierher kommen würde, da war er hin. War es ja schon. Jetzt rüben wir noch die Dings, die ähm, fast auch die Waffenkamera, weiß ich schon, sagen. Echt jetzt? Was wird dieses Missvieh? Achso. Nö. Hier keine Granate. Das ist mir zu teuer. Oh nein. Das geht ja nicht. Ich habe eine Granate. Das ist einer da? Nö. Das geht ja nicht. 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 Oh, hier oben nicht so schön. Das bringt viel Sniper. Danke. Was man alles nicht braucht. Na, irgendjemand wird sich freuen. Oder würde sich freuen. Ja, ich wüsste jetzt. Ich kenne jetzt aber keinen. Oh. Das ist auch nicht. Gibt ja immer jemanden. Aber hier waren auf jeden Fall zwei hier, ne? Ja. Ja. Dann wollen wir den spreng ich weg. Ja. Da war auch was. Ja. Wieso bremsen du? Ich weiß auch nicht Eigentlich auch Heizaufgabe Hm, da drüben? Boah, kein Dings mehr, keine Kamerade Wo ist er? Wo ist er? Ist das in der Karte? Mhm Ah ja Widerstandskraft Boah, Alter, das ist ja echt nur der letzte Dreck Wo war die Kasse? Binde, in der Kirche Okay Einmal die Kirchensteuer abgegriffen Ja Ja Und ich seh'n noch n Dicker, ja Einen haben wir noch, das einen machen wir noch Mhm Äh, ist das denn? Ja, nix Ja, nix Ja, nix 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 So, schöne Runde. Wir haben beide mal nicht gelegen. Echt schlimm, ne? Premiere. Keiner gelegen, nicht einer. Keiner HeForment. Keiner Heimement für die Höhe. Keiner und wesentlich Kollege. Keiner Heimekreisen. Hier haben wir eine große системle B optimizedtitelbilder. Keiner HeimET für die이드 vaccines. Mühe Her WILMT zum Siefern. Perweide Zeit können mit einem Schindlerkampen mumNews alle steücken, Untertitelung des ZDF, 2020